Hi! Na, wie geht's euch? Schönes Wetter. Bei dem Wetter kann man gut Rad fahren. Und darum geht's heute. Also ich bin da selber gerade mit dem Rad gefahren. Bin gerade vorhin von der Hohen Wiesbecker Platte runter und jetzt mit 18% hier rauf. Der Grund warum, da sind ja auch so wieder Tomate. Aber darum geht's gar nicht. Es geht um alle, die jetzt sagen, ich will ein bisschen Rad fahren, ich will ein bisschen Rad fahren, ich will ein bisschen bewegen. Und mit dem E-Bike, mit dem Rennrad, mit dem Mountainbike, mit dem Stadtfahrrad, das ist egal. Ja, raus, ein bisschen bewegen. Aber es gibt sicher auch ein paar Sachen, die man dabei beachten soll. Das Erste, was wichtig ist, wir sind nicht alleine. Genau. Also bedenkt es auf der Straße. Vor allem, wenn du immer schneller unterwegs bist, muss ich genauso drauf achten mit dem Rennrad wie jeder andere auch, wir sind nicht alleine. Aber wenn du anfängst jetzt mit dem Rad fahren, ja, jetzt ist es Frühjahr, jetzt geht man gerne raus, dann gibt's tatsächlich ein paar Dinge, die du beachten solltest, ja. Ich sag dir, wie du dich vorbereiten kannst, wie du das Ganze angehst und was du hinten raus am besten machst. Und das Gute heute ist, heute machen wir mal ein Gewinnspiel, ja. Das werde ich am Ende sagen, um was es geht, aber es gibt tatsächlich ein paar richtig coole Preise. So, also, Vorbereitung. Das Allerwichtigste in der Vorbereitung ist, backen Apfelkuchen. Backen Apfelkuchen, warum? Das kommt auch noch am Ende. Dann schau, dass du, was du zum Anziehen hast. Ja, funktionelle Kleidung, am besten weniger. Ein Baumwoll ist ein bisschen schwierig, weil wenn man ins Spitzen kommt, die Sachen nass sind. Jetzt muss man gut trocknen. Schau, dass du eine Jacke dabei hast, ja, weil es kann doch einmal kalt werden im Wald oder sonstige Sachen oder Abfahrt, dass du da was anziehen kannst. Oder so eine Windweste habe ich dabei, die ziehe ich jetzt dann auch ab. Wenn ich dann da vorne wieder runterfahre und dann Richtung Trockhammer weiterfahre und heimfahre nach Bayreuth. Dann schau, dass du jetzt ein, zwei, drei Riegel mitnimmst, ja. Also wenn du länger als eine halbe, dreiviertel Stunde unterwegs bist, musst du ein Riegel mitnehmen, ja. Ist ein, zwei Riegel, ich tausche mal kurz die Hand, ist ein, zwei Riegel, den musst du dabei haben, den musst du da auf jeden Fall einpacken. So, was du noch brauchst, ist was zu trinken, ja. Rechne damit eineinhalb Stunden eine Trinkflasche. Kein Glas, wenn du hinfällst, Glas bricht, Verletzungsrisiko, eben was aus Kunststoff. Also ruhig auch was zum Trinken mitnehmen. So, das hast du dabei und dann fährst du los. Und wenn du fährst, egal ob du mit einem Hollandrad fährst, ob du mit einem E-Bike fährst, egal was er muss, teilt es dir ein. Fahr ruhig los, ja. Wenn du am Anfang zu schnell losdonnerst, zu schnell loswerterst, bist du immer meistens platt, bevor du zuhause bist und dann ist das eine Quälerei. Dann als nächstes, du hast die Riegel dabei. Alle dreiviertel Stunde, alle halbe, dreiviertel Stunde darfst du schon einen halben Riegel essen. Es kann ein Müsli-Riegel sein, es kann eine Banane sein, ja. Es kann ein Wurstbrot sein, ja. Wurstbrot mag vielleicht, wenn es so warm ist, nicht mehr so gut schmecken, aber es kann einfach etwas Einfaches sein. Ja, aber iss regelmäßig was und trink was. Alle eineinhalb Stunden eine Trinkflasche, halber bis Liter bis 0,75 Liter sollten dann noch leer sein. Und wenn es geht, keine Kohlensäure, wenn es schüttelt, ja, das spritzt bloß, das ist unangenehm. Das ist, wenn du fährst. Fahr und fahr ruhig zwei Stunden dahinter und darf ein bisschen weh tun, der geht das schon, der toleriert das. Fahr, essen, trinken, ruhig fahren, ja. Das ist das Wichtigste. Und dann, wenn du heimkommst, kommt die wichtigste Regel, dann machst du einen schönen Kaffee und dann isst du den Apfelkuchen auf. Weil es am besten ist, wenn man heimkommt, setzt sich am Balkon auf die Terrasse, hast du keinen Balkon, keine Terrasse, machst Fenster auf, lass die Sonne scheinen. Und dann wirst du sehen, wie ruhig und ausgeglichen du bist, wie dir dein Kaffee schmeckt oder dein Tee schmeckt, was du gerne magst und wie lecker der Apfelkuchen ist. Wenn der Apfelkuchen nicht isst, ja, dann kannst du bei uns beim Gesundheitscenter vorbeifahren, weil dann ess ich den, ja. Das Wichtigste ist für mich immer einen schönen Kuchen nach dem Fahrradfahren. So, das sind die Tipps heute zum Fahrradfahren. Und jetzt noch ein Gewinnspiel. Was kannst du gewinnen? Ab nächster Woche starten bei uns Online-Kurse, das heißt Livestream-Kurse. Wir haben leichte, sanfte Gymnastik, intensive Gymnastik, Rückenherz-Kreislauf. Also wir wollen die Muskulatur ein bisschen kräftigen, den Herzmuskel ein bisschen kräftigen. Da haben wir ab nächster Woche Live-Kurse. Da findest du auf unserer Webseite www.rotmain-fitness.de findest du die Hinweise. Und für alle, die bei uns nicht Mitglied sind, weil die Mitglieder können daran eh kostenlos teilnehmen. Ja, die können sich anmelden und kostenlos teilnehmen. Die verlosen wir zwei Wochen lang Teilnahme an unseren Online-Kursen, Livestream-Kursen kostenfrei. Das ist das erste. Und für unsere Mitglieder, die kriegen von mir heute drei Stück. Dreimal verlose ich das Ganze. Dreimal Online-Kurs, dreimal das. Dreimal Getränkebar benutzen. Einen Monat lang, wie sie möchten. Kaffee, Kalkgetränke. Wir haben Mineraldrinks bei uns. Einen Monat lang freien Zugang auf unsere Getränkebar. Irgendwann ist die Social Distance wieder mal vorbei. Und dann machen wir zusammen wieder eine Tasse Kaffee trinken. Das ist wichtig. Das gehört auch dazu. Genau. Also die beiden Sachen verlose ich. Was musst du machen? Du musst sagen, wo ich bin. Wo bin ich hier? Also im Hintergrund sieht man die hohe Würstbecker Platte. Es ist gerade 18% hier rauf gegangen. Es ist April. Ich bin viel im Hausbau gerade im Moment. Ich bin nicht so trainiert. Es ist auch für mich anstrengend da hoch. 18% ging es rauf. Schreib eine E-Mail. Geh auf unsere Webseite www.rotmein-fitness.de. Geh auf Kontakt. Schreib eine E-Mail rein und schreib, wo ich bin. Ja, wo ich hochgefahren bin. Bis Karl Freitag ist Einzendeschluss. Wer richtig, unter allen, die den richtigen Begriff oder den richtigen Ort, die richtige Auffahrt hier benennen, verlosen wir die Preise. Dreimal Online-Kurs zwei Wochen lang oder dreimal Zugang zu unseren Getränken. Freier Zugang. So. Dann nutzt das schöne Wetter. Raus aufs Fahrrad. Ja. Raus. Eine Runde drehen. Mit uns Sport machen. YouTube. Online-Kurse. Online-Therapie. Physiotherapie hat weiterhin offen. Ich freue mich, wenn ich euch bei einem anderen Video wieder sehe. Schenkt uns ein Like. Besucht uns. Und bis dann. Schönen Abend und schönen Wochenstattmagen.